Willkommen bei DEVITA. Mein Name ist Frank Deves, ich bin der Geschäftsführer. Ich stelle Ihnen heute unseren Dribbelstuhl Lübeck mit Zentralbremse vor. Der Lübeck ist gedacht für private Haushalte, genauso wie für Pflegeheime oder Tagespflegeeinrichtungen. Was ist das Besondere? Der Lübeck ist ein im Prinzip ganz normaler Stuhl mit Rollen. Für was ist er gebaut worden? Er soll die Alternative sein zum normalen Rollstuhl. Die normalen Rollstühle sind gedacht für einen kurzen Transport von A nach B. Die Ergonomie dieser Rollstühle ist in der Regel allerdings nicht so, dass man zwei, vier oder sechs Stunden darin verbringen kann. Dafür haben wir Lübeck. Lübeck ist optional mit einem Schiebegriff verfügbar. Er ist als Dribbelstuhl verwendbar und hat eine zentrale Feststellbremse. Das gibt Sicherheit beim Hinsetzen und Aufstehen. Lübeck haben wir auf Lager. In fünf Dekoren, in drei verschiedenen Sitz hören. Lieferbar innerhalb von zwei bis vier Tagen. Haben Sie Fragen? Rufen Sie an oder schauen Sie auf unsere Internetseite. Würde mich freuen.